Es ist ein geglückendes Gefühl, dass wir unser Werk, dem wir im vergangenen Jahr so viel Zeit und Energie gewidmet haben, nun endlich tatsächlich in Händen halten können. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Marita und ich dieses Buch haben zusammenschreiben können. Marita Halbach, eine der Pionierinnen des Fundraisings, vor allem auch des Großwänden-Fundraisings, das war schon eine sehr bereichernde Zusammenarbeit, auch in diesem Projekt. Ich fand es klasse, wie Jan und ich uns die Bälle hin und her geworfen haben und uns wechselseitig mit unseren Ideen und Gedanken beflügelt haben und auch unsere kritischen Einwände befruchtend gewirkt haben. Ja, ich wäre sehr sehr froh gewesen, wenn es dieses Buch oder ein ähnliches schon vor zehn Jahren gegeben hätte, als ich das erste Mal mit den Herausforderungen im Großspenden-Fundraising konfrontiert war. Umso mehr freue ich mich jetzt für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die im Großspenden-Fundraising aktiv sind, aber auch alle Interessierten, dass endlich ein Grundlagenwerk zur Verfügung steht, das wirklich alle wichtigen Aspekte des Großspenden-Fundraisings parat hat. Das Buch ist sehr praxisorientiert. Es zeigt, wie Großspenden-Fundraising im Detail systematisch in der Praxis funktioniert. Wie konkret arbeiten wir mit Großspendern und Großspenderinnen zusammen? Dabei werden unterschiedlichste Instrumente behandelt, Methoden, ob das Capital Campaigns sind, Großspender-Mailings, ganz besonders natürlich Gespräche mit Großspenderinnen und Großspendern und vieles andere mehr. Hinzu kommt das große Thema der Voraussetzungen innerhalb der Organisation, also dazu gehören Major Giving Skills, Datenbankanforderungen, ja, die gesamte Institutional Readiness. Darüber hinaus spannen wir auch den großen Bogen von Philanthropie über Reichtum bis hin zur Verortung in der Gesellschaft von Großspenden-Fundraising und den genannten Themen. Neben unseren eigenen Erfahrungen fließten auch der Austausch und die Gespräche mit den Teilnehmenden unserer Weiterbildung ein, sowie die Erfahrungen vieler Fachkollegen aus dem Fundraising. Dafür an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unser Buch kaufen und wir uns bald einmal wiedersehen oder persönlich kennenlernen. Alles Gute und viel Erfolg für Ihr Großspenden-Fundraising. Tschüss, bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020